Was geht ab, Leute? Heute ist soweit. Caspar und ich werden zusammen ein Baubattle machen gegeneinander, Leute. Und mal gucken, wer heute die besseren Sachen baut. Es geht zum Beispiel darum, wer kann den besseren Baum bauen, ein besseres Auto, ein besseres Haus und noch viel, viel mehr. Wenn ihr von euch noch einen zweiten Part sehen wollt, lasst euch gerne ein Like und ein Abo da. Und ja, dreht noch einmal ganz unser Handy, drücken auf die Glocke und jetzt viel Spaß mit dem Video. Oh, Caspar, Caspar! Oh, die Lava, die Lava, die Lava, die kommt in einer Minute und wir müssen irgendwas bauen, wenn wir überleben, okay? Okay, okay, aber was sollte man jetzt am besten bauen? Ich würde sagen, pass auf, ich baue jetzt, glaube ich, hier eine richtig coole Brücke oder sowas. Ich weiß nicht, was du machst. Eine Brücke? Aber ich baue... Ich habe eine andere Idee. Wieso, was baust du denn? Also ich sage mal so, die Lava kommt, ja, und ich kann mir halt vorstellen, dass es wie so eine Flut sein wird oder so. Und dann musst du natürlich auch ein bisschen hochbauen, weißt du? Stimmt, kann natürlich auch... Also ich glaube, dass du am selbsten bist, wenn du dich irgendwie ein bisschen hochbaust oder sowas. Okay, pass auf, dann mache ich eine Brücke und die hat dann auch noch, äh, weiß nicht, die Brücke geht einfach nur hoch. Ja, okay, der funktioniert auch gut. Ich baue mir hier so einen Aussichtsturm, hier. Ja? Ja, okay. Das sieht eigentlich schon ziemlich gut aus. Noch 20 Sekunden haben wir Zeit, dann kommt die Lava. So, ich bin auf jeden Fall gerade am Start, hier alles zu bauen, Caspar. Oh Gott, das sieht ja richtig cool aus bei dir, sag mal. Ja, natürlich, lass dich so denn. Hier noch ein bisschen, hier. Das ist ja so ein Eisbaum oder sowas, was auch immer du dahin gebaut hast. Hey, ich baue mir hier einfach eine kleine Burg, so. Ja, okay, Lava, komm, nur zwei Sekunden, Caspar. Okay. Ist die Lava schon da? Oh Gott, die Lava steigt. Hä? Moment. Oh Gott, oh Gott, die steigt auch noch? Oh Gott, die steigt jetzt 40 Sekunden. Oh mein Gott, okay, ich bin mal gespannt, ob wir das da waren. Wieso baust du nicht so hoch? Hast du Angst oder was? Nein, 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 ich baue jetzt hier oben eine kleine Festung hin. Ich weiß nicht, wie du vorhin redest. Fakt so. Was ist? Ich bin oben eingefallen. Oh mein Gott, Caspar, nein. Nein, nein, oh Gott. Also anscheinend. Nein, nein. Oh mein Gott, also anscheinend, dass da nicht so gute Bauskills, muss ich sagen. Wie wäre es, Caspar? Das war das einzige Problem. Ja, aber pass auf, wie wäre es, wenn wir mal unsere Bauskills vergleichen, wer besser bauen kann? Weil ich muss ja sagen, ich finde, ich kann besser bauen. Ja, die Herausforderung nehme ich gerne an. Also, dann würde ich doch sagen, lass einfach irgendwie jeder einen Hund bauen. Jeder einen Hund bauen? Mhm. Okay, dann hab mal jetzt eine Minute 30 Zeit, um einen Hund zu bauen, oder was? Okay, okay, ja, geht gut. Oh, ich muss ja alles löschen. Ich muss ja nur diesen ganzen Turm hier löschen. Ich muss auch erstmal alles löschen. Schnell löschen, schnell. Kann man auch alles auf einmal löschen? Ja, ich glaube hier vorne oder so. Man muss, glaube ich, jetzt hier vorne. Genau, Reset, Reset Base. Ah, hier, okay, so. Und zack, so. Ja. Okay, ein Hund sagst du? Ein Hund? Nein, ein Hund. Ich kriege einen Hund easy hin. Nee, nee, der kann auch 2D sein. Aber, ja, wobei, aber 3D wäre schon cooler, ne? Ja, okay, okay, okay. Dann haben wir hier, Hund hat ja vier Pfoten. Zack, zack. Also. Und dann machen wir mal ganz kurz hier was hin. Oh Gott, das ist, nee, das ist gar nicht symmetrisch. Dann mache ich den mal weg hier. Aber ich mache den ein bisschen kleiner, so. Okay, okay. Meiner sieht schon mal gar nicht mehr so schlecht aus, muss ich sagen. So, zack, zack, zack. So. So, hier mal rüber. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir aussieht, aber mein Hund, der nimmt schon ein bisschen Gestalt an. Ja, meiner auch, meiner auch. Hier noch. Also, eher weniger fällt mir gerade auf, verdammt. Hier und rüber, wieso, wie sieht dein Hund aus? Machst du einfach nur so ein Gestell, oder was? Nein, nein, nein. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich mache sozusagen so ein kleines Hundegestell. Ja, ich habe jetzt auch. Also, meiner sieht ja aus wie so ein Auto. Warte. Es wird nur noch der Hundekopf. Zehn Sekunden noch. So, Hundekopf. Wow, wow. Wow. So, hier die Pfoten. Und zack, mein Hund ist fertig. Ich bin nicht ganz fertig geworden. Bist du schon fertig? Loll, dann sieht er voll gut aus. Wie? Ey, was ist denn das? Das ist mein Hund. Was hast du denn da? Ich bin leider noch nicht... Ey, ich werde verfolgt. Wuhu. Ah. Fluffy. Fluffy. Mama. Fluffy. Das Ding ist... Ich muss mich retten. Okay, ich muss sagen... Naja, aber deins ist ja nur ein Viereck. Muss man ja sagen, ne? Es ist kein Viereck. Aua. Doch, deins ist nur ein Viereck. Mein ist ein richtig schöner Hund. Nein, deins ist nur ein Viereck, Kasper. Kopf zu Ende. Nein, das stimmt gar nicht. Also, pass auf. Dann gut, was bauen wir als nächstes? Irgendwas, was man in 1 Minute 30 easy schaffen sollte. Dann lass uns ein Flugzeug machen. Okay, wir bauen ein Flugzeug. Ja, ja, schaffen wir. Aber wir können auch eine Pizza machen. Nein, okay, wir machen eine Pizza. Wir machen eine Pizza. Okay. Und danach ein Flugzeug. Ja, okay, okay. Okay, dann machen wir auch mit den richtigen Farben, sagst du dann? Ich würde es... Also, ich sage dir nur ganz ehrlich. Ich würde die richtigen Farben nehmen, weil darauf achte ich richtig. Darauf achte ich richtig. Ach, das ist sehr wichtig. Okay, okay, okay. So, so. Hier, verschiedene Farben. So, erstmal Pizzateig, ne? So, so. Ja, man darf die... Okay, ich habe hier den geheimen Trick. Äh. Ich darf den nämlich nicht... Okay, ich habe es nämlich falsch gemacht. ...so groß machen. So. Und hier noch. Ah, sag mal, was denn bei mir los? Okay, warte. So, hier wieder. Ich bin gerade nicht so gut. Das sieht auch schon mal gut aus. Ey. Jetzt müssen wir eigentlich hier nur, da machen wir ein bisschen Mozzarella drauf. Eigentlich müssen wir das erstmal so alles... Warte mal, ich habe noch keine Mozzarella. Ich bin noch nicht bei Mozzarella. Das ist noch 40 Sekunden Zeit. Ja, kein Stress. Ich habe keinen Stress, Kaspar. Du solltest Stress haben. Ja, ich auch nicht. Ey, hier wurde doch was gelöscht. So. Hab ich nicht. So, hier paar Sachen. Zack, 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 zack. Okay. Dann kopieren wir jetzt auch ein bisschen Tomate. Yeah. Ja, ja, okay, okay. Tomate. Dann machen wir hier oben nochmal einen Schuss Tomate hin. Hier. So. Und dann würde ich sagen, so ein bisschen. Zack. Dann habe ich nochmal ein paar Pilze so irgendwie dazwischen. Mhm. So. Zack, zack, zack. Noch sechs Sekunden hast du. Okay. Okay, ja, das schaffe ich. Das schaffe ich. Und... Gut. Okay. Pass auf. Hey, ah, Pennywise, Pennywise. Die wollen nicht bei uns. Okay, pass auf. Warte. Oh Gott. Okay, ich glaube von dir vorbei, du läufst von mir vorbei, ja? Ja, okay, okay, okay. Oh Gott. Ey, ah. Alter, die sind jetzt zwei Stockwerke hoch. Ja, was ist denn deine Pizza? Was ist denn das für eine Pizza? Ja, meine ist nur ein Stockwerk hoch. Ja, meins ist halt die richtig dicke, belegte Pizza halt, ne? Es ist viel zu dick. Also dein sieht aus wie... Meins ist eine Tomaten-Mozzarella-Pizza. So eine Schimmel-Pizza sieht das aus. Das ist keine Schimmel-Pizza. Sieht aber deine Moby Dick-Pizza an. Die ist ja nicht von gerade. Das muss ja auch nicht, muss ja auch nicht gerade sein. Ist die Pizza halt gerade oder was? Ja, perfekt. Das ist vielleicht TK-Pizza, die du immer isst. Perfekter Kreis. Aber nicht die lange, sondern vom Italiener. Ja? Ja? Ich glaube nicht, dass deine vom Italiener ist. Meine Pizza ist vom Italiener, deswegen ist sie auch ein bisschen ungerade. Okay, okay, pass auf. Dann lösche ich nochmal ganz kurz meine Pizza und dann würde ich sagen... Warte, wieder eine Minute? Ja? Okay, was wollen wir als nächstes bauen? Ich würde sagen, du musst jetzt gegen mich den perfekten Baum bauen. Oh, okay. Da habe ich Bock drauf, da habe ich Bock drauf. Ich muss auch sagen, ich habe da die besseren Skills, ganz klar. Alter, du hast doch nicht die besseren Skills im Baum bauen. Doch, na klar. Was denkst du denn? Natürlich nicht. Was denkst du denn? So, so sollte das eigentlich passen, ne? So, ja. Dann machen wir hier. Okay, dann kommen hier noch ein bisschen... Oh, das war ungeplant. Zack, 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 zack. Oha, meiner, das sieht richtig gut aus. So. Meine auch. Was sagst du ja hier? Muss ich noch einmal ganz kurz... So, das war eine kleine Baustärke hier noch einmal. Also ich muss sagen, mein Baum sieht schon mal nicht schlecht aus. Wir haben ja nicht gesagt, dass es ein gesunder Baum sein muss, ne? Na, sollte... Nö, er muss nicht gesund sein, aber es macht natürlich die Punkte ein bisschen aus. Ne, wieso? Es macht auch nicht die Punkte aus, ob der jetzt gesund ist oder nicht. Oh, nein, au! Nein! Aua! Was ist mit dir? Das war eine Flut. Oh Gott, okay, aber lebst du wieder? Dann guck dir mal hier mein Ding an. Ich lebe wieder. Ja, okay. Du bist bei mir voll noch im Wasser. Ja, bin ich das? Du bist bei mir unter Wasser. Also das soll... Also das sei jetzt nicht im Ernst, dass du das sagst, dass das ein Baum ist, oder? Warte, wir warten gleich mal, bis das Wasser... Also guck dir das erst mal an, bevor du urteilst, ja? Wo sind denn die Blätter? Das ist nicht so, wie du hast. Du, ja, pass auf, wie ich gesagt habe. Das ist nämlich nur ein Baumstrumpf. Deswegen siehst du auch unten die Wurzeln und so, weißt du? Ah, unglaublich. Also das ist ja... Ja, was, das sieht doch wohl geil aus. Das ist unglaublich. Guck dir mal meinen Baum an, wie cool mein Baum aussieht. Ja, das sieht auch nicht schlecht aus, aber... Ich muss sagen, deiner... Ja, deiner sieht gut aus. Ja, gut, dann sag direkt das Nächste, was ich bauen soll, wenn du so gut bist anscheinend und kreativ. Okay, wenn du willst, dann werde ich jetzt einfach mal sagen, dann baust du... Oh, ich hab was. Du kannst einfach mal einen Cookie bauen. Einen Cookie? Okay. Ja, so einen leckeren Keks. Okay, kriegen wir hin. Oder einen Kuchen. Oder einen Kuchen. Kannst du auch. Einen Kuchen kriegen wir auch hin. So, hier kommt bei mir auch nochmal ein bisschen was drauf. Und zwar hier erst mal so eine kleine schöne Kuchenschicht. Oh, ich hab eine gute Idee. Dann machen wir hier auch noch überall Schlagsahne drauf. Lecker Schlagsahne. Oh, ja, bei mir sieht's jetzt richtig gut aus, Kasper. Du solltest Angst haben. Du solltest Angst haben. Hui, okay. Okay, okay, okay. Ah, Sturmtruppler. Sturmtruppler. Oh Gott, oh Gott, ich bin hier oben aber safe. Oh Gott, lauf. Alter, wie sieht denn dein Kuchen aus? Ja, das ist der Geburtstagskuchen. Ja, guck dir mal meinen. Ja, Geburtstagskuchen, aber ohne Kerze, oder was? Ja, und wo ist dein Esstisch? Wo soll man den Kuchen essen? Auf dem Boden, oder was? Hahaha, da hat er hier so ein Esstisch. Das war nicht die Aufgabe, es ging darum, einen Kuchen zu bauen. Genau, und ich hab noch die Atmosphäre gebaut. Und dein Kuchen sieht richtig blöd aus. Ich hab noch die Atmosphäre gebaut. Ein Kuchen sieht aus wie so ein Muffin oder so. Das ist einfach ein Kuchen halt. Ein Kuchen ist eine Beleidigung aller Kuchen. Also deins sieht aus. Warum sind denn die Kerzen unterschiedlich groß? Was hast du für Kümmelkerzen, die du da gekauft hast? Weil eine schon vielleicht runtergebrannt ist. Richtige Kümmelkerzen hast du gekauft. Nee, was für Kümmelkerzen? Die wird einfach ein bisschen gespart. Das sind Kümmelkerzen. Die werden die vom letzten Jahr genommen. Na gut, okay, pass auf. Wenn du doch anscheinend so gut bist, wie du sagst. Gut, dann baue jetzt mal gegen mich ein Haus. Oh ja, oh ja. Jetzt wird's schwierig, Kasper. Jetzt wird's schwierig. Ein Haus. Ja, ein Haus. Ja, okay, 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 okay. Also, ja, dann muss ich vielleicht mal... Okay, ich fang einfach an hier. Also, machen wir mal so. So. Ich mach so ein schönes Backsteinhaus aus Rot. Und du? Hey, du Nachmacher. Hast du auch? Du Nachmacher. Ach, Leute, es gibt Backsteine. Ich hätte jetzt Rot und Grau gemischt. Ah, ja, okay. Ist klar, Kasper. Ist klar. Ja, was? Ja, ist klar. Ist klar. Ist doch so. Ja, ist klar. Was ist denn das? Wieso? Du sollst nur von der einen Seite gucken. Nur von der einen Seite. Das ist gar nicht. Nur von der einen Seite gucken einmal. Einfach so einen Schrank. Das ist... Oh mein Gott, das ist das schlechteste Haus, das ich mir hätte vorstellen können. Mehr braucht man nicht zum Leben. Ein Schrank oder so ein paar... Guck mal mein Haus an. Mein Haus ist ja wenigstens fertig geworden. Hier im schönen grünen... Oha, wie hast du das denn geschafft in der Zeit? Und dann noch so ein Schornstein, Fenster. Weißt du, dein Haus ist ja nicht mal Fenster. Unglaublich. Ja, und wo sind deine Pflanzen oder so? Ich habe auch ein paar Bäume. Ich habe hier Pflanzen. Siehst du doch hier drinnen. Ich habe auch Bäume. Ja, jetzt auf einmal hast du... Ich stehe doch gerade hier oben. Ja, du eben noch nicht. Ding ist, du hast halt nicht mal eine Toilette, Digga. Wo willst du denn hin machen, ne? Natürlich. Ja? Ich weiß, Alter, das ist ein Naturhaus. Da gehst du halt einfach mal nach draußen. Ist so. Okay. Ja, aber ich habe auch einen Kühlschrank und so, ne? Wo holst du dir denn Essen? Ist alles nicht da? Doch, habe ich hier. Hinten steht der Kühlschrank. Komm doch her. Na gut, pass auf. Jetzt müssen wir eine Minute Battle machen. Das letzte eine Minute Battle. Und was solltest du bauen? In eine Minute. Bist du bereit? Boah, das ist schwierig. Also es ist ja gegen Lava. Wer das wäre die coolste... Ah, nee, das ist schwierig. Wer das coolste Auto baut. Okay, wer das coolste... Oha. Das coolste Auto. Okay, okay, okay. Wir müssen ja wegfahren, schnell. Wir müssen schnell wegfahren vor der Lava. Okay, wir werden schnell wegfahren. Kein Problem. So, zack, zack, zack. Hier. Oh, da habe ich eine gute Idee. Ich habe auch eine gute Idee. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. So. Oh, ich werde dich so schlagen, Kaspar. Ich werde dich so schlagen. Du hast keine Chance. Also mein Auto ist fertig. Ist schon fertig? Ja, die Lava kommt ja schon. Nein, oh Gott, die Lava hat mich direkt geholt. Och nee. Oh mein Gott, und ich habe nur die Lava überlebt. Also mein Auto, muss ich sagen, geht richtig cool aus. Was ist das denn? Was ist das denn? Ist ja wohl eher ein Schnee-Schieber-Auto oder ein LKW. Das ist ein Schnee-Schieber-Auto. Und das hat es auch so hinten so einen Schwanz. Das ist ein Hund oder was? Das ist kein Hund. Wie sieht das denn aus? Gib dir mal mein Auto an. Ja, warte. Darauf hat er nicht mal Lichter. Ist noch Lava unter so. Wartet doch ganz kurz. Ist noch Lava. Okay. Dann zeig mir jetzt mal dein Auto hier. Was hast du denn jetzt hier? Ja, ich bin jetzt mal gespannt. Was ist das denn? Das sieht doch gut aus. Was ist das denn? Sieht doch gut aus. Was ist das denn? Wie, was ist das denn? Jetzt hat er wenigstens Licht da vorne aus. Sieht aus wie so ein kaputter Roboter. Warum ist hier das eine... Ja, hier wird hier noch gearbeitet. Die zahlt schon nichts um, mein Junge. Nein, hier wird nicht gearbeitet. Also unglaublich. Ich muss das sagen, ne? Ja, aber guck dir mal. Dein Auto ist zehnmal so schlimm wie mein. Ey, guck mal. Da baut ich einen richtig Luxus-Filler hier neben uns. Alter, sag mal. Aber passt auf. Ich werde dich beim nächsten Mal schlagen, Kasper. Okay? Ich werde dich richtig schlagen. Ich bin ruhig angenommen. Also wir sehen uns beim nächsten Mal. Das soll das heute Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst ihr auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Checkt einzelne Videos hier aus. Einmal gerne draufklicken und haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.